Hallo und herzlich willkommen bei Pokeinvestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Weekly hier auf meinem Kanal. Und heute wird es sehr, sehr spannend, denn wir sehen jetzt nach einigen Monaten Flaute mal wieder sehr, sehr viele grüne Zahlen in diesem Cheat. Und ja, das hat seine Gründe und auf diese werde ich natürlich selbstverständlich in diesem Video eingehen. Bevor es losgeht, tut mir den Gefallen, lasst für den Algorithmus einen Kommentar da, das am besten am Schluss, wenn ihr das Video auch gesehen habt. Und einen Like sowie ein Abo kostet nichts, minimaler Zeitaufwand und damit gebt ihr mir aber volle Unterstützung. Das würde mich sehr freuen. Okay, und wir starten rein, nicht zuletzt in dieses extrem aufwendige Weekly, weil das ist es immer diese Zahlen rauszusuchen, mit Vista Universe als allererstes. So, und wir sehen hier die verfügbaren Artikel auf CM deutlich zurückgegangen. Der Preis, lediglich um 3% angestiegen, stagniert jetzt gerade so ein bisschen, hat aber auch eine Rallye hinter sich gezogen, gerade in dem letzten Monat davor, also im Juni. Und auch hier, und da muss man vorsichtig sein, das ist sehr, sehr volatil momentan. Der Kost per Boosterbox auf Sneaker Dank ein bisschen gefallen, um 6%. Allerdings nur auf der Tagesbasis von gestern, davor stabil bei 8.500 Yen, was wieder hier in diesem Preisniveau wäre, wie auch im letzten Monat. Ganz, ganz wichtig, das wollte ich mal ganz kurz dazu sagen, der Spend, auch interessant, auch nach oben gegangen. Das heißt, könnte heißen, dass das ein Indikator für höhere Beliebtheit ist, beziehungsweise höhere Nachfrage in diesem Sinne, die Vista Universe gerade auf dem japanischen Markt mit sich zieht. Interessant, ja, zuletzt auf Card Market ist die, und dafür spricht ja auch dieser Rückgang bei den verfügbaren Artikeln, die Nachfrage ja auch nochmal höher gewesen. Und so konnte Vista Universe in kurzer Zeit von 60 auf 70, beziehungsweise 72 Euro hochziehen. Dieser Preis, by the way, ist der günstigste von meinem Partnershop Pikamon. Ihr könnt das Display immer noch für 70 Euro kriegen, geht einfach unten in der Beschreibung mit Pikamon, also auf die Seite pikamon.eu ist da verlinkt, und dort kriegt ihr das sogar für 70 Euro mit 4% Cashback. Gut, das kurz zur Werbung an dieser Stelle in eigener Sache. So, dann natürlich weiter geht's mit 1.5.1. Auch hier zuletzt viele grüne Zahlen, der Preis ist ein bisschen nach oben gespiked, um 10%, ja, nicht zu vernachlässigen, 10% sind 10%. Der Sneakertank Spend ähnlich, ja, mit 11% auch nach oben gegangen. Nachfrage bei diesem Produkt und der Spend an sich immer sehr, sehr stabil gewesen. Und ich meine, ich muss dazu nichts sagen, ja, 1.5.1, extrem beliebtes Set. Auch hier, ähnlich wie es der Universe, ja, sehr, sehr stark volatil auf Tagesbasis, aber letztendlich im Vergleich zum Vormonat quasi identisch beim Preis. Und die verfügbaren Artikel, ja, minimal nach oben gegangen, hier um 4 Stücke, ja, wird als 0% hier ausgegeben, denn das sind dann, keine Ahnung, 0,2 oder so. Gut, dann machen wir weiter mit Shiny Treasure EX, auch sehr, sehr spannend. Hier sehen wir nämlich auch, dass der Preis momentan stagniert bei den 35 Euro. Die Spanne zwischen 30 und 35 Euro ist für mich meiner Meinung nach, das habe ich lange schon gesagt, der absolute Boden. Ich denke, auf keinen Fall wird es hier nochmal runtergehen. Insbesondere, wenn jetzt auch der Yen nochmal zulegt, und das hat er auch im letzten Monat ja deutlich. Und der Leitzins wurde tatsächlich durch die Bank of Japan nochmal angehoben, um 0,25%. Einfach, um dem Ganzen entgegenzuwirken, also der Entwertung von dem Yen entgegenzuwirken, wurde das gemacht. Und das hat insofern dann natürlich auch, ja, einen gewissen Einfluss auf den Preis, den man letztendlich in Japan zahlt. Ihr habt ja das letzte Video gesehen, hoffe ich. Dort habe ich sehr viel drüber geredet. Und genau, wir sehen hier beim Cost per Boosterbox auf dem Japanischen Markt, auch wenn die Nachfrage deutlich zurückgegangen ist, ja, wenn wir uns mal so den Spend angucken auf Tagesbasis, ja, mit Vorsicht zu genießen. Cost per Boosterbox deutlich angestiegen, verfügbaren Artikel auch deutlich zurückgegangen. Ja, also Toppreis meiner Meinung nach, gerade wenn man diversifizieren möchte, das Display noch nicht in allzu hohen Auflagen da hat. Toppreis, auch hier, Pikamon, checkt das gerne ab, mit 4% Cashback. So, VMAX Climax. Das ist auch so ein ganz spannender Hase, wie ich finde. Auch hier zweistellig, ja, beim Cost per Boosterbox hochgegangen auf Sneaker Dank, auch wenn der Spend ein bisschen runtergegangen ist. Der Preis ist nach oben gegangen und wir waren hier ja schon deutlich tiefer. Auch die verfügbaren Artikel bei Card Markets sind runtergegangen und der Preis ist, ja, quasi identisch zum Vormonat. Kann aber auch gut sein und ich kann es mir gut vorstellen, einfach weil das Set auch alt und eine Beliebtheit mit sich zieht, dass es hier vielleicht in den nächsten Monaten auch deutlicher nach oben gehen könnte, gerade wenn in Japan, ja, der Preis pro Boosterbox weiter ansteigt. Wie denkt ihr? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, zu den Informationen, die ich euch gebe. Was macht ihr damit? Wie sind so eure, euer Fazit oder eure Entscheidungen basierend auf diesen Zahlen? So, EV Heroes. Hier kann ich auch nochmal ganz kurz was zu sagen. Der Preis ist eigentlich auch bei 350 Euro geblieben, stagniert momentan. Allerdings gab es hier einen Händler, der privat sehr, sehr günstig reingestellt hat für 330 Euro. Kann sein, dass es zum Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt seht, auch schon wieder passé ist und das erste Angebot bei 350 Euro liegt. Sehr, sehr starker Preis, gerade wenn man sich anschaut, der Cost per Boosterbox ist bei 300 Euro. Mittlerweile also 299 Euro auf dem japanischen Markt. Deutlich angestiegen hier, wie auch bei den anderen japanischen Sets und ja, bei Carb Market noch nicht der Fall. Starker Preis momentan, wie ich finde, gerade wenn man sich auch nochmal anguckt, um 37 Prozent sind die verfügbaren Artikel runtergegangen. Klar, koreanische Displays gehören auch dazu, das muss man auch sagen, aber dennoch. Und hier der Sneaker-Dankspend um 347 Prozent. Das, ja, war so ein Ausschlag nach oben, die gibt es manchmal. Da wurde vielleicht ein Case gekauft oder sowas, anders kann ich mir das nicht erklären. Auch hier mit Vorsicht zu genießen. So, dann gehen wir jetzt auch schon auf die Zielgerade. Mit Evolving Skies, ja, eine sehr nachgefragten Boosterbox. Auch hier sind im letzten Monat, ja, ist der Verkaufspreis gestiegen. Ja, die Nachfrage auch. Zumindest, wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, naja, die verfügbaren Artikel nochmal um 6 Prozent runtergegangen. Der Preis aus Deutschland um 18 Prozent hochgegangen vom Angebot her. Weil der eBay-Spend liegt auch so um die 600 Euro. 590 Euro, auch hier eine Steigerung von 7 Prozent zum Vormonat. Allerdings muss man hier sagen, deswegen habe ich dazu geschrieben, dass es einen Preisvorschlag gab. Es kann sein, dass der vielleicht dann auch bei 575 lag oder so. Aber die Range zwischen 550 und 650 Euro ist immer noch nach wie vor intakt. Letztes Produkt, sehr, sehr spannendes Produkt, da will ich auch nochmal ganz kurz dringend was dazu sagen. Denn der Preis für eine ETB, eine englische ETB, auch nochmal gestiegen. Verfügbaren Artikel auch nochmal gesunken zum Vormonat. Der eBay-Spend auch beim Card-Market-Preis. Ja, hier 70 Euro. Auch wenn der Verkauf vom 29.07. war. Trotzdem, ich denke, das ist ein valider Referenzwert. Und ja, 69 Euro würde ich an dieser Stelle nicht zahlen. Gerade wenn wir bestätigt bekommen haben, dass wir Reprints sehen von den Minitin-Displays und von den allerbeliebtesten Booster-Bundles. Ich kann, und das werde ich hier nochmal deutlich sagen, euch zu 80% versichern, dass hier nochmal was nachkommt. Und dass der Preis hier auch nochmal nach unten gehen kann. Und ich das für relativ wahrscheinlich halte. Das ist nur meine Meinung. Wie denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Ich kaufe nicht zu diesem Preis ein. So, und das ist es schon gewesen. Ja, heute kurz und knapp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Kommentare sind ganz, ganz wichtig. Eure Meinungen. Na, jetzt seid ihr dran. Wir sehen uns beim nächsten Video. Seid gespannt. Wird wieder richtig geil jetzt in nächster Zeit. Hab viele neue Videos in der Pipeline. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.